Moin Sie Leichtmatrosen! Ich habe vor zwei Monaten das letzte Video gemacht. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie ging die Zeit so schnell um und das ist ja jetzt auch alles egal. Entschuldigung dafür, wird vielleicht nicht wieder vorkommen. Ich weiß ja nicht, was so in der Zukunft ist. Auf jeden Fall machen wir heute die Wer-würde-er-Challenge auf Plattdeutsch. Einige von euch kennen die bestimmt. Also man sagt einen Satz, wer würde eher dies und das. Und dann halten wir jeweils Zettel hoch und ja. Heute habe ich einen Gast bei mir. Das ist Rieke von Druggie Beans. Irgendwer von euch wird sie vielleicht kennen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Los, geil los! Welt desig Erde des Hors Neon-Grünfarben. Ich... Ich... Nee. Nee. Nee? Nee. Wieso das nicht? Das ist der Heuer-Molforn. Ich kann kein Verschleiß. Wenn die sich Ede ein Monat lang nicht duschen. Warum? 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 Warum ich? Warum ich? Ich... So. Meinst du, ich nehme mich? Ja. Welt desig Erde ob Strauhen stiehlen und hellfiel singen. Hä? Das nicht dauern, weil wir bald den singen mögen, deswegen... Aber wir können das nicht. An der Nordseeküste Am pleideutschen Strand Ich kann den Text sehen. Sind die Fischis im Wasser Und selten am Land Ich will die Erde Die McDonalds anrauben Und noch einen Tisch Für eine Candlelight-Dinnerfrau Das gibt's nicht, oder? Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Wir brauchen noch mal ansägen Wir würden einen Tau bestellen Ja. Auf das war geil. Das machen wir in deinem nächsten Video für dich. Wenn die... Wenn die in Dings sollen. In Hannover. Ja. So. Nächste Frau. Oh ja, ich bin ja. Mhm. Du bist. Wollt ihr eher den Schub Mayonnaise äten? Nee. Nee. Ich mag die Mayonnaise gern. Ich krieg davon liebste hier. Nächste Frau. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Klingt ja auch gar nichts. Aber es ist hellbar persönlich. Ich konnte auch gar nicht. Ich hätte ein Nutella-Glass mit einem Lepel in mir. Nachtstab, genau. Wenn die Erde mit Bikini noch Eisdiel hern loben und sich ein Eis bestellen. Ja. Eis. 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 Eis ist immer gehört. Eis. 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 Ey, die Erde ein Weg lang ohne Handy. Ohne Handy. Das machen sie. Das ist mir. Also mir fand ich nichts so. Ein bisschen. Wie mir sag ich. Ein bisschen mag ich auch. Aber das werde ich nach. Es geht zu ihr. Ich geh zu Blauen. ج phenomenal不会 Thing. So. Nächste Frau. Wählt diese Erde, Justin Bieber, ob Armtitel wär'n lauten. Das ist ein Wissschwar. Als wenn ich kunde, der zähl' so. Warum? Hallo, nee, so! Da! Ja, oi! Wie bald, ne? Nee! Baby! Mach das und Bieber nicht! Nee, ich leh' das auch nicht. Auch wenn ich weil ein paar Lieden mache, aber so bekloppt, lass' ich nun nicht. Guck mir Frauen! Guck mir Frauen! Nein! Und wenn nicht dann wieder da bin? Und Papa hat dann noch nichts ... Wenn die Ehe behältet auch die Schlaupen. Da will ich nur. Das siehst du sonst in, ne? Ja, das siehst du sonst in. Ich steil das ja. Ich will. Und die Mama ist stolz drauf. Schlaupstörte du, ne? So, nun, Kovicau, der für letzte Frau. Und zwar ist das, weil die Erde verklebt die Stadt loben. So steißt du, ne? Ja. Da habe ich auch kein Problem mit. Das habe ich so ein paar Mal mag. Oh nein, bloß ein Mal. Sondern dreimal. So, das war's sogar, Bea. Wir dreien noch ein Dad. Du hast das gerade gesagt, jetzt kommt die... Siehst du? Warte, lass an! Ja. 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 Ich bin Nähle. Was? Du bist voll klar? Ja. Dann kann ich ja eh den klar machen, ne? Ja, dann mach ich ja klar. Wofür spiegelt Eier? Ja, gut. Dann mach ich jetzt klar. Wofür spiegelt Eier? Ja, die ist gekommen. Das ist mein Zettel! Dein Zettel ist nicht so eingeliefert. So. Nun lasst du eben die Abmoderation. Also... Du hast gerade gesagt, das ist jetzt die vorletzte Frage. Und jetzt machst du die Abmoderation. Ach so. Das ist scheiße. So, nun kommt der letzte Frau. Oh, ich hab mir einen Zähl. Ich hab gar nicht mehr. Hackengas. Doch, da war's ja letzte Frau. Also, nun ist ja letzte Frau. Was ist der für letzte Frau? Doch, ich darf, was ist der letzte Frau. Muck, ne? Du, na ne? So. Wird ihr Eier ein vergammelter Apfel eken? Ich mag ihn. Apfel. Ich glaub ich hab da doch mal auf. Und für sein. Und für sein. Will ich auch sehen. Ja. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gib doch einfach einen Dummerbogen. Und äh... Ich glaub ich mag noch einen Tweet, ja. Für den Anne-Channel, ne? Drag & Beans. Also, ich... Mock das hier nun so, dass ich hier das sehen kann. Hier irgendwo. Ich geh weg gar nicht mehr, wo das ist und was für einen sieht. Hier. Da. Oberall. BitAnimal! Tschüss! Ähm... Ich brauch auch ein Blatt. Wer würde sich eher die Haare Neon-Grün färben? Klar durch, ne? Oh ja. Oh mein Gott. Das schneidest du raus. Okay. Outtakes. Okay. Ich mach jetzt... Oh!